Die Passionszeit in diesem Jahr ist total anders, anders als alle anderen, an die ich mich erinnern kann. Normalerweise ist es ja so, dass wir in der Passionszeit so die Welt daran erinnern, dass es außer dem Fröhlichen, außer dem Glücklichen, dem Schönen auch noch die andere Seite des Lebens gibt. Die, die mit dem Kreuz Jesu zu tun hat, die Seite des Leidens, die Krankheiten, die Schuld und so weiter und so fort. Und in dem Jahr ist es fast ein bisschen umgekehrt, habe ich das Gefühl. Die Welt ist in so einer Art Starre. Sie spürt die Bedrohung, sie spürt, dass die Krankheit Menschenleben fordern kann. Und es ist weltweit kein Land, nahezu kein Land ist ausgenommen. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, in dem Zusammenhang müssen wir auch mal an die andere Seite erinnern. Also dass es eben nicht nur Corona gibt, sondern im Leben auch die andere Seite, auch das Schöne, das Fröhliche, auch das Lustige, worüber man sich auch mal so richtig schief lachen kann. Ich habe mir gedacht, ich stelle euch zwei Bücher vor, die ich eines regelmäßig gern zur Hand nehme. Das andere habe ich vor kurzem gelesen. Zwei Bücher, die so die beiden Seiten dieser Passionszeit ein bisschen beleuchten. Das erste schaut so aus. Das ist ein Reklambändchen, lustige Lyrik. Da sind lauter witzige Gedichte drin. Und eins davon lese ich euch jetzt mal kurz vor. Übrigens ein Gedicht, bei dem geht es ein bisschen ums Vergessen. Ihr werdet es gleich merken. Und mit dem Vergessen hat auch dann das zweite Buch zu tun, das ich euch zeigen will. Also von Jan Kaiser. Eine Verwirrung. Es lebte einst in alten Tagen, so Kreidejura, würde ich sagen. Es mag auch zweite Eiszeit sein, auch lasse ich mich auf Neuzeit ein. Jedenfalls so ungefähr zu jener Zeit, ich weiß nicht mehr, ein Hengst von stattlicher Statur. Im Städtchen Witten an der Ruhr. Vielleicht war es auch Neheim, Hüsten, wenn wir das nur genauer wüssten, oder sogar Wuppertal. Na jedenfalls, es war einmal ein Tapir frisch und lebensfroh in Herne. Oder Gütersloh? Moment, da komme ich jetzt ins Schwanken, ich will mich nicht um Namen zanken, doch Pirmasens kommt auch in Frage und wo ich gerade Lörrach sage, da fällt mir brühwarm wieder ein, es muss ein Lurch gewesen sein. Nun denn, das Schicksal es schlug zu und zwar war das in Friedrichsruhe, was wiederum zur Folge hatte, dass die just genannte Ratte Hals über Kopf Paris verließ und bald auf ihren Schwager stieß. Und der war ganz ein schlimmer Finger, man erlebt ja manche Dinge, doch was jener angestellt ist, einzigartig in der Welt. Und zwar, hört her, ich lüge nicht, ich bringe die Wahrheit jetzt ans Licht, es stimmt, so war ich, Kaiser heiße im Moment, ich hab's vergessen. Das zweite Buch, das ich euch vorstellen will, das betrifft nun die andere Seite des Lebens, die, die uns Angst macht, die Gefährliche, die Traurige, die Bedrohliche, ist von Olivier Guez, ich glaube, so spricht er sich aus, ein Franzose, der historische Tatsachenroman Das Verschwinden des Josef Mengele. Josef Mengele war Lagerarzt in Auschwitz, hat dort unzählige Menschen in den Tod geschickt und an unzähligen Menschen bestialische medizinische Versuche vorgenommen. Mengele konnte dann entkommen, hat ein paar Jahre noch unentdeckt und untergetaucht in der Nähe seiner Heimatstadt in Günzburg gelebt und ist dann nach Lateinamerika geflohen. Dort hat er ganz viele Unterstützer gefunden, Menschen, die ihn auch bewundert haben, die ihn versteckt, die ihn gedeckt haben. Er hat sogar teilweise unter seinem richtigen Namen in Argentinien gelebt und ist dann 1979 in Brasilien verstorben. Er ist also nie gefangen genommen worden, er ist nie vor Gericht gestellt worden und auch die Suche nach Mengele hat viel zu spät begonnen. Man hat ihn fast vergessen gehabt. Und das ist etwas, was nie passieren darf, dass wir solche Geschichten dem Vergessenen anheimstellen, dass wir vergessen, was für Grausamkeiten unter der Sonne durch Menschen geschehen können und dass wir uns vielleicht sogar rausreden und so tun, als wäre das alles gar nicht so schlimm. Es sei übrigens all denen ins Stammbuch geschrieben, die davon reden, dass die Jahre der Nazi-Diktatur nur ein Fliegenschiss in der deutschen Geschichte waren. Wir dürfen nie vergessen, nie vergessen, was damals geschehen ist. Ich gebe euch den Tipp, lest dieses Buch, es ist wirklich toll erzählt, es ist sehr beeindruckend, es nimmt einen mit und man reibt sich immer nur verwundert die Augen, wie sehr Menschen damals vergessen konnten und vergessen wollten. So, das waren meine Literaturtipps für euch. Ihr findet sicher ganz viele spannende Bücher im Bücherschrank und wenn ihr diese Bücher lest, dann lasst euch berühren, lasst euch einen Horizont weiten und denkt immer daran, dass wir mit diesen beiden Seiten des Lebens, mit der fröhlichen, mit der glücklichen, mit der ganzen Schönheit, aber auch mit der rätselhaften, mit dem Traurigen, mit dem Schrecklichen, mit dem, was uns Angst macht, immer von unserem Gott umfangen sind, der beide Seiten dieses Lebens kennt. Ich wünsche euch alles Gute. Ich wünsche euch alles Gute.